Gerd Zimmermann ist ein ehemaliger deutscher Fußballspieler. Er spielte von 1968 bis 1980 in der Fußball-Bundesliga für Borussia Mönchengladbach, SC Fortuna Köln, Fortuna Düsseldorf und Union Solingen. Er wurde mit Gladbach 1970 deutscher Meister und mit Fortuna Düsseldorf 1979 und 1980 DFB Pokalsieger. Während der Saison 1982-83 wechselte er am 6. November 1982 von Union Solingen zu Fortuna Köln. Zimmermann debütierte am 8. Mai 1973 in der deutschen U23-Nationalmannschaft, in deren letzten fünf Spielen er eingesetzt wurde. Im EM-Qualifikationsspiel gegen Polen am 5. September 1973 schoss er ein Tor. Zimmermann galt zu seiner Zeit als schussgewaltigster Spieler der Bundesliga. 1978, 79. gelangen ihm als Abwehrspieler 13 Bundesliga-Tore, insgesamt schoss er in 203 Bundesliga-Spielen 44 Tore. Seine Flattermänner aus 30 bis 35 Meter Entfernung auf das Tor geschossen, wurden von den Torleuten gefürchtet. .